Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Raft. So wir wollen noch ein paar Dinger hier schnappen, uns gönnen. Ein paar Bäume fällen. Hier kommt die Flanke können wir auch schon mal mitnehmen oder das Fass. Ein bisschen haben wir was zu tun. Vielleicht können wir auch noch die beiden Harrybirds erlegen, weil wir ein bisschen wieder was an Leder und Fleisch bekommen. So, da hinten hatten wir ja einen. Und so. Komm, hoch. Komm, das schaffst du wohl. Dann müssen wir hier rum. So, die Wassermelonen und so weiter brauchen wir nicht. Die Tierchen brauchen wir auch erstmal gar nicht mehr, weil wir haben ja jetzt erstmal genug. So. Und hier. Und wie sieht es hier oben aus? Hier haben wir noch ein paar. Unser Inventar wird definitiv richtig voll sein, also unser Lager. Ich glaube, es werden dann wahrscheinlich auch noch ein, zwei Aufnahme-Sessions mehr sein, weil es doch ein bisschen zeitaufwendiger da ist, das alles hinzukriegen hier, was ich haben will. Also. Harrybert ist uns noch nicht auf die Schliche. Da ist er schon. Hat uns aber noch nicht im Visier. So, dann packen wir hier hin. Komm, den erlegen wir jetzt. Ja, komm. Jo, komm. Jo, komm. Jo, ich drehe nix. Jetzt haben wir den. Das war aber jetzt gerade sehr, sehr komisch hier. Aber egal, wir haben jetzt genug Leder von ihm und Fleisch. Wir müssten eigentlich auch anfangen, wirklich die Rüstung zu bauen. Obwohl wir die im Grunde gar nicht mehr brauchen. Aber einfach, dass wir die mal gemacht haben. Müssten wir die mal bauen. So. Ein Harrybert haben wir hier noch. Na? Autsch. Jo. Wo ist er? Da. Ja, komm. Alter. Ist er tot? Ne. Boah. Der war jetzt bisschen heftiger. So. Können wir eben jetzt schnell hier so was essen. Wir müssen jetzt die Gesundheit wieder vollkriegen. So. Die Kokosnüsse gönnen wir uns jetzt mal. Das kann weg. So. Wo ist er? Da oben. Ja, jetzt haben wir ihn. Das war der gefährliche Harrybert von den beiden. So. Dann gönnen wir uns das hier noch. So. Den schmeißen wir weg. Weil wir den nicht brauchen, der Kopf. So. Und hier nochmal. Das nehmen wir aber noch alles mit. Ich hoffe, unsere Gesundheit lädt jetzt mal schnell auf. Weil wir, wenn wir gleich ins Wasser gehen und dann Bruce wieder. Eventuell. Ach, da oben haben wir noch ein paar übersehen. Ja, okay. Die holen wir uns auch nochmal eben schnell. Und sonst hier oben ist nix mehr. Gut. Die zwei knappen wir uns noch. Dann gehen wir noch einmal kurz auf Schiff. Inventar leer machen. Vielleicht noch einen zweiten Haken bauen. Vielleicht noch einen zweiten Haken bauen. Weil ich glaube, der wird für diese Insel drumherum nicht reichen. So. Haben wir dann. Äh, wo hatten wir unser Schiff? Da hinten, ne? Der hält ja so weit weg. Oder ich glaube, wir lassen das mal sein. Hier mit dem Unterwasser. Wir haben mehr als genug von allem, was wir brauchen. Erstmal. Dann sind wir hier. Dann sind wir halt noch ein bisschen auf hoher See unterwegs. Und sollten wir was noch brauchen, kommen wir noch eh oft genug an den Inseln an. So, jetzt erst mal. Ah, da ist schon Bruce. Nee, Bruce. Bruce übertreibt nicht. So, geschafft. Ja, dann machen wir jetzt eben hier einmal alles voll. Alles, was hier rein gehört. Alles, was hier rein gehört. Hier haben wir nichts. Komisch. Wie? Wir haben sonst für hier gar nichts mehr. Okay. Der Rest ist wahrscheinlich da hinten. Ah, und für die Damenbank haben wir noch ein bisschen was, ja. So, nochmal neu sortieren. Ach, Leder haben wir noch. So, da können wir auch noch uns mal zwei Stück wieder gönnen. Und wieder hier rein. So, dann machen wir noch die Samenbank voll. Hier war sie. Ah, Palmsamen haben wir so viel schon. Und Leder war hier, oder? Ne, hier. Gut, dann. Können wir eigentlich im Grunde gehen. Wir brauchen hier ja nicht viel. So. Ui, warum ruckelt's? So, und in die Richtung. Dann können wir weiter einschmelzen, unten. Kater, bitte hier geblieben, ja. Oh, da ist ein Ei. Nein. So. Noch ein Ei. Doch frisches Wasser. Ja, gucken wir uns später drum. Geil, jetzt haben wir zwei Eier. Äh. Äh. So, Kupfer hatten wir hier. Dann packen wir die jetzt alle auch noch mal in die Schmelze. Und unsere Ausrüstung. Und unsere Ausrüstung einmal noch mal umtauschen. Warte mal. Das packen wir hier hin. Und nochmal neu sortieren. Und das kommt hier hin. Den brauchen wir auch nicht. Aktuell. Wir bauen ja mit dem Hammer nichts mehr. Hier haben wir auch noch nichts eingesammelt. Und wie sieht die Farbe aus? Die ist wenigstens so weit. Achso, die Axt müssen wir auch noch einlagern. So, die zählt unter Werkzeug. Wasser müssen wir auch noch gleich wieder Neues machen. Und hier. Ähm. Ja, und dann Titan. So, genau. Werben wollten wir jetzt. Da oben fehlt ja noch ein bisschen was. Was gefährdet werden muss. Wie das hier. Das. Das. Kommt. Das. Und das. Und das. So, dann. Der hier. Und der hier noch. Dann müssen wir die hier auch noch schwarz-rot machen. Nein. So, dann. Ich dachte schon. Ich war jetzt komplett hier runter. So. So. Ein bisschen werden wir noch immer Farbe brauchen. Ja. Wir werden immer noch Farbe brauchen. Wie weit ist denn die Farbe hier? Beziehungsweise die Blumen. So. Und so. Und so. Dann holen wir von unten nochmal wieder Wasser zum Nachfüllen. rein. Und packen die Farbe auch hier rein. rein. So. Ich komm ran. Den können wir jetzt mal trinken. Äh. Komm. So. Äh. Ne. Warte. Nein. Habe jetzt das falsche gebrückt. So. Dann nochmal einlagern hier alles. Und hier nochmal. Ah ne. Ist noch nicht so weit. Ah. Nico hat wieder ein Ei gelegt. Jo. Wir werden noch sehr viel Wasser brauchen. Das müssen wir auch noch irgendwie umtauschen gegen das Elektro Ding. Wir haben ja bisher nur das die Elektro. Und ne Turnstrahle werden wir auch noch brauchen. Wie weit sind die hier? So. Dann machen wir jetzt Titan rein. Und können das dann hier sortieren. Ne. Erstmal unten. Farbe müsste fertig sein. Die Farbe müsste soweit sein. Die Farbe müsste soweit sein. Und hier. Komm. Das da. Genau. Achso. Falsche Seite. Der hier. Der. Ja. Noch ein bisschen. So paar Millimeter. Ja. Hier nochmal. Das hier zum Glück. Nee. Den hören wir nicht um. So. Wie sieht es hier aus? Den. den haben wir erwischt. Nice. Okay. Jetzt holen wir dann noch die rote Farbe. Weil wir. Weil wir. Hier. Äh. Wo hatten wir die rote Farbe gehabt? Ja. Irgendwo hatten wir noch rote Farbe gehabt. Hier. Gut. Dann können wir jetzt. Äh. Das hier machen. Wo fangen wir an? Okay. Ja. Und hier. Ich will schon das Richtige treffen. So. Kann ich den da? Ja. Aber ich wollte schon sagen. Haben wir das Falsche erwischt? Ah. Ich würde schon das. Ja. Okay. Wieder das Richtige. Immerhin. Es ist oft nicht einfach. den richtigen zu treffen hier. So. Schwarze Farbe. Haben wir jetzt so gut wie gar nichts mehr. Nur hier das hier. Aber. Das war es dann auch. So. Dann gehen wir jetzt nochmal oben gießen. Und sonst haben die nichts mehr zu futtern bald. Und Nicole wieder ein Ei gelegt. Nicole ist, was das angeht, richtig fleißig, muss man sagen. So. Zehn Eier haben müssen. Ist ne Leistung, Nicole. So. Ne. Die Farbe war da hinten. Achso. Wir haben keine Farbe drinnen. So. Aber dann nehmen wir mal die. Roten Samen. Wo wir die. Auch immerhin getan hatten. Hier glaube ich. Eins. Zwo. Drei. Das wird wohl reichen. So. Eins. Zwo. Dann. Hier packen wir die schwarzen hin. Und. Hier die roten. Machen noch einmal unten mit denen alles voll. Und packen. Und packen den Rest hier hin. Und Samen. Ja. So. Wie weit ist das Wasser hier? Ja. Fertig. Können wir hier nochmal gießen. Können wir hier nochmal gießen. Ah. Und die. Die gehen schon wieder richtig ab. So. Honigwaben hatten wir ja hier gehabt. Irgendwo. Und wir wollten nochmal die rote Farbe von hier nehmen. Obwohl. Ne. Wir können ja jetzt. Von hier die. Drei nehmen dann. Sobald die fertig sind. Sobald die gewachsen sind. Heel. Was ist los? Hier ist der Putter. Da. Wo ist Nicole? Nicole ist wieder hier. In der Kapitänskajüte. Wo sie nichts zu suchen hat. Hm. So. Wie weit ist eigentlich jetzt unser Schmelzofen? Boah. Wir sind jetzt nur hier hin und her im Rennen. So. Nochmal Titan. Können wir hier wieder einlagern. Sieben Titanbaden haben wir jetzt. Äh. Ne. Die sind hier noch nicht so weit. Da hinten. Die müssten immer noch nicht so weit sein. nach unten. Und wir müssen wieder Wasser füllen. Können wir hier. Wir können hier einfach Wasser auffüllen. So. Farbe. 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 Alter. Was haben wir hier denn alles? Können wir wieder einlagern hier. Holz haben wir bald voll. So. Sonst haben wir nur noch Steine. Äh. So. Hier. Einmal auffüllen. Und wie weit sind die hier? Immer noch nicht so weit. Okay. Aber egal. Dann können wir erstmal. Ach. Nöööö. Äh. das falsche gestrichen hier. So. Dann. Hier. Und hier. ganz genau aufpassen. So. Und hier noch das Ding. Gleich haben wir keine rote Farbe mehr. Ja. So. Hier. Haben wir alles. Hier haben wir alles. Ja. Okay. Gut. Hier haben wir soweit. Was mit dem Raum? So. So. Die sind noch nicht soweit. Dann lassen wir die erstmal. Okay. Wir haben wieder nicht genug rot. Können wir die Lampen noch hier schwarz machen. Da fehlen einiges noch von denen. Wir müssen noch ein paar Lampen machen. Die fehlen uns noch hier. So. Ist hier noch eine? Ja. Hier ist auch noch. Eine. Komm. Jo. Nicole geht ab. So. So. Dann die Lampe noch. Und die hier. Und die hier. So. Dann haben wir hier unten. Doch. Wir haben hier noch ein paar. Da. Habe ich in den Raum. Hier habe ich die Lampen vergessen. Die brauchen immer noch. Und hier noch die eine. Hier ist auch noch eine. Die muss nicht gefärbt werden. Immerhin. So. Die muss nicht gefärbt werden. Ab Titane ist schon soweit. Wenn wir auch wieder einlagern. Zehn Titane haben wir fertig. Boah wie geil ist das? So. Und hier nochmal Wasser. So. Dann können wir das Ei hier erstmal einlagern. So. Ja. Es ist soweit. So. Dann können wir hier nochmal unten. Rote Farbe. Und oben. Noch einmal. Schwarze Farbe. Hier müssen wir vielleicht auch nochmal nachgießen. Irgendwo. Na. Tatsächlich nicht. Ja. Komm ich mal runter. So. Rot. Ist wichtiger jetzt erstmal. Dann kommt. Schwarz. Und hier haben wir auch wieder einiges gesammelt. So. Was können wir hier alles jetzt einlagern. So. Für hier können wir auch noch was. Rohe Kartoffeln. Und rohe Rübe. Machen wir einmal komplett voll. So. Wie sieht mit dem Wasser aus. Und Essen. Essen. Essen haben wir hier. Fürs Erste genug. Einmal ordentlich voll machen den Magen. So. Und jetzt nochmal unten schauen. Nach der Farbe. Wie weit die ist. Ja. Geil. Die machen wir auch noch ein letztes Mal rein. So. Und irgendwo hier. hatten wir ja. Weiter gemacht. Der ist fertig. Hier war ja alles fertig. Hier war fertig. Hier war fertig. Hier noch nicht. Den. Und den. Und dann hier oben. Kommen wir da ran. Ah. Ja. Alter. Es geht mit Nicole ab. Wirklich. Die. Boah. Ich dachte schon. So. Ruckel. Wir kommen irgendwo an. Ach. Ja. 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 Und das. So. Dann. Ist nur noch der Raum hier. Jetzt haben wir keine Farbe mehr. Und die brauchen noch ein bisschen. Aber da können wir erstmal. Die Lampen die fehlen. noch eben Spaß machen. Hier haben wir ja alles. Oben müssen noch welche sein. Wie kommst du hier runter, bitte? Hier. Da haben wir wieder ein Ei. So, und hier rein. Wo sind die Lampen? Ah, ich habe hier noch keine Lampen hingetan. Nur die hier. Sonst habe ich noch keine Lampen. Doch, hier eine. Hier draußen hängt jetzt keine. 1, 8, 7. Okay. Oh, da haben wir wieder eine große Insel. Segeln wir mal drauf zu. Ja, und dann würde ich sagen, eigentlich können wir die Insel in der nächsten Folge besuchen und durchsuchen auch, vor allem. Bisschen mehr Schmutz finden, damit wir hier endlich mal alles voll mit Wiese haben. Können wir die auch werfen? Nö. Nur Essen, ne? Grohe Ei. Von Kater geht's wieder nicht gut. So. Nicole auch nicht. Hier gibt's Essen. Hier geht's euch gut. Da wächst wieder, ganz normal. Und dann sind wir jetzt gegen die Insel geknallt, oder? Ne, noch nicht. So. Dann würde ich hier Anker werfen. Und dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's.